und hiermit ein herzliches willkommen beim tuxa starten wir mal rein so freunde nacht jetzt wird gelacht es wird gezockt und zwar top rider legacy of oder nobunaga level 3 oder sagen wir mal teil 3 genau so wo ist er denn mein kollege mein freund ich sammle erst mal das midi pack hier ein aber traben das haben wir ne einfach nur nach hinten dankeschön wo ist er liebe gegner die sich gar nicht um mich kümmern jetzt wird er doch böse aber nicht böse genug gut äh für mich bedeutet dieses level das zweite mal das heißt dass ich theoretisch weniger rumeier ja weniger heißt nicht gar nicht ne ist ganz klar ich versuche mal jetzt ein bisschen flüssiger zu spielen so kommen wo seid ihr jawoll da bin ich noch nicht mal böse genau machen wir die harte tour hier ja hängst du fest oh arme tigerchen hängst du fest tut mich aber leid du so das wäre teil 1 jetzt wollen wir erstmal nichts weiter was einsammeln noch ein paar fackern hier ja ok da war ich ein bisschen zu hektisch so will ich am besten jetzt klug vor nehmen wir erstmal den film hier anschauen so da wir endlich weiterspielen das ist aber sehr nett ja jetzt kommt der erste spezialjump nicht schlecht ne genau wie war das nochmal? genau wie war das nochmal? Ach, ich bin ja auch falsch hier, wo will ich denn da hinspringen? Äh, genau, das ist doch kein Wunder, dass es nicht funktioniert, ich muss hier entspringen. Dann klappt das hier auch alles. Jawoll. Einmal um die Ecke, jetzt darfst du nach oben, und jetzt darf ich hier rein. Dankeschön. Hallo, guten Tag. So, ich muss aber hier rein. Hilfe! Meine Energie ist bescheiden. Wollen wir eben ändern? Wo habe ich sie denn? Aua! Warum laufe ich hier da weiter? Ja, manchmal ist man schon ein bisschen komisch, ne? Haben wir es geschafft? Oh Gott, so eine Lage, geil. Ja, sehr interessant. So, dieses blaue zu diesem Ritter. Und das blaue, äh, das muss. Okay. Machen wir es einfach mal. Das muss da hin. Ja, passt doch. Und den blauen zu dem nächsten Rächter. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Eine Runde am Rad drehen, bzw. seinen Ketten ziehen. Ja, perfekt. So, jetzt kommen ja zwei Freunde für mich. Ja, jetzt kommen ja drei und. Da ist es frei. Ja, vier, was ich... ... das Wasser, die nicht mehr... Ja, ja, ja. ... das Wasser, die hier in das Wasser. Ja, das ist ein Runde. ... die Hände. – Ja. Das ist ein Runde. Ja, ja, ja. ok das war es so irgendjemand hat doch schon was fallen gelassen für mich war schön so war es so schön war die richtig gleiche runde jetzt noch mal mal so schießt ihr auch spaß machen hier alles ne ja fast schon beinahe ne muss ich mal sagen ja komm komm jetzt aber search why jawoll so jetzt aber eine etage weiter nach oben ja ganz soweit nicht bis hierhin reicht jetzt kann ich aufs dach ne wollte ich schon die ganze zeit hinspringen so einmal den schlüssel für mich und etwas was ich nicht brauche munition so genau ist noch irgendwo ein hebel genau dann kann ich hier hoch ja tut mir leid aber mutter mutter schritt soweit so im kurz überlegen jetzt kurz überlegen ich glaube es ist besser wenn ich hier herlaufe äh zu weit wie immer ja genau ich weiß was ich mache ups hey Lara was los geht doch das ist aber immer schön zicke hier genau jetzt kann ich hier noch weiter jumpen äh wo wollte ich denn hin kann ich nur mal irgendwie zurück schade jetzt einfach hier in das fenster hinein oh letztes objektor x gedrückt und auch es ja es 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 Ja, geht doch. Hallo? Geh ich da nicht? Okay. Immerhin. Das Säbelchen ist noch da. Hey, musst du mal sehen. Tatsächlich nicht. Bin jetzt ganz verwirrt. Darum liegt da nichts. Komisch. Okay. Eigentlich war die ja leer, ne? Ist immer noch leer. Wurde ich jetzt hier um meinen, einmal Munition betrogen. Gut. Gehen wir erstmal hier rein. Ups. Ich nehme mich jetzt hier. Äh. Ah, den Schalter. Ich vergesse ihn zu betätigen. Äh. Ich muss da wieder hoch. Ich wusste doch, irgendwas ist so cheap gelaufen. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns oben. So, ich bin wieder oben. Jetzt versuche ich es nochmal. So, passt das? Ja. Passt das. Oh, ja, komm her. Komm her. Wo seid ihr? Und? Möchtest du noch eine? Muss nur sagen. Kein Problem. Gut. Äh. Das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht. Ich muss erstmal selber wieder überlegen. Äh. Ich konnte hier schon mal die Tür aufmachen. Okay. Wo wir dann mal hier sind. Da springe ich jetzt aber nicht rein. Weil es sind erst Piranhas. Und die muss ich erst mit einem anderen Fisch füttern. Genau. So, ups. Nicht kriechen. Du sollst rennen. Habe ich eigentlich schon den Schlüssel? Weiß ich gar nicht. Wenn ich den schon habe. Wenn ja, dann gehe ich jetzt hier rein. Ja, ich habe den. Und wenn der richtig Spaß macht. Ja, wo ist er denn? Da ist er ja. Ja, komm. Dann haben wir hier das erste Rätsel. Ich glaube, das ist eigentlich ganz einfach hier. Mal an den Hebel betätigen. danach den hellen hebel und dann ich hab's nicht so mit engen räumen noch mal einen hellen hebel dann sollte eigentlich genau sollte eigentlich der fahrstuhl hier betätigt werden was muss ich jetzt machen eben kurz überlegen muss jetzt noch mal hoch den habe ich den habe ich den habe ich ich weiß was ich machen muss jetzt muss ich hier rein da habe ich auch geflucht bis ich die die tür gefunden habe hier oh ein bisschen licht an mhm elegant ach genau hier kann ich glaube ich dran drehen und dran ziehen ja jetzt ist der nächste schlangenkopf unten gute frage muss ich die tür überhaupt hier aufmachen was passiert wenn ich hier nicht aufmach ok wenn ich die jetzt nicht aufmach passiert nix wenn man die aufmach dann passiert das dann passiert das hier jawoll war war lauf, 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 lauf oh, interessant, ne? du hast du was für mich? dein Schwert könnte ich eben auch gut Tiger, was mit dir? hängst du wieder fest? komm, wir wollen doch hier sind hinter Verhungers gut, das haben wir jetzt auch erledigt jetzt kann ich nach unten gehen jetzt brauche ich eine Fackel hey warum seid ihr denn unten? ok, mein wegen hey äh, da bin ich jetzt hier nicht nicht vorbei äh, geht doch ok Dann machen wir jetzt mal Feuer. Ja, noch ein Schritt. Ich hab Angst, dass du die verbrennst, Lara. Dann machen wir ja mal hier die Fackel an. Was passiert? Irgendwie nix, ne? Oh, keine Ahnung. Ah! Nicht, dass ich hier verbrenne, Lara. Ja, mit den Bildern habe ich das schon gelöst. Oh! Oh, was hab ich jetzt gemacht? Da hab ich mir das Schwert reingerannt. Okay, gib dein Medipack. Okay. Oh ja, jetzt wird es lustig. Jetzt wird es lustig. Das letzte Mal habe ich es nicht geschafft mit Medipack.